ARD Text im Auftrag von Funk Wir sind jetzt an der Westfront Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen Es ist vorbei Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand Ihr habt 72 Stunden, um unsere Kondition zu akzeptieren Ich werde nicht kapitulieren Meine Mutter wollte nicht, dass ich einen Krieg ziehe Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann Ach, Paul Wir wollen mal nach Hause kommen Ich vermisse meine Kameraden fest Schließen wir Frieden Ich habe Angst vor dem, was kommt Du musst jetzt tapfer sein Für die, die es nicht geschafft haben Für uns alle Wir wollenhola Musik 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 Vielen Dank.